Zum Jahresende, Lena Gerke teilt Bild mit Baby Lia. Lena Gerke, 34, überrascht ihre Fans mit einem süßen Schnappschuss. Im Sommer machte die ehemalige Germanis Next Topmodel Gewinnerin publik. Dass sie und ihr Partner Dustin Schöne, 37, ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Mitte Dezember war es dann soweit, ihre Tochter Lia erblickte das Licht der Welt und machte das Familienglück perfekt. Nun gewährte Lena zum ersten Mal einen Blick auf ihr Baby. Silvester 22, schrieb die frischgebackene Zweifachmama zu dem putzigen Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Foto sitzt das Model auf der Couch und schaut voller Glück auf seine kleine Tochter. Während es die Kleine stillt. Die Fans der 34-Jährigen sind begeistert. Liebt das Bild. Schönes Silvester an euch, kommentierte ein User die Aufnahme. Sehr schönes Bild. So natürlich, schwärmte ein weiterer Follower. Erst vor wenigen Tagen unternahm die Unternehmerin ihren ersten Trip mit Lia. In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Fans daran teilhaben. Unser erster kleiner Ausflug alleine mit Übernachtung, schrieb Lena zu einem Bild, das sie gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter im Auto zeigte.